Wie hätte Biden seinen kognitiven Verfall verlangsamen können? Er hätte einfach viel weniger... ...Debakel bei der Fernsehdebatte, im Fernsehduell bei der US-Wahl. Biden ist ganz offensichtlich dement. Demenz, das ist die extremste Form von Alzheimer-Krankheit. Und ich sitze hier im Sommer im schönsten Deutschland hier draußen, aber habe heute ein ganz trauriges Thema mitgebracht, denn nicht nur solche Leute wie der mächtigste Mann der Welt sind von dieser Krankheit betroffen. Auch meine Oma liegt im Sterben mit dieser Krankheit und mit ihr und mit Biden wahrscheinlich Millionen andere, die an diesen Volkskrankheiten, unter anderem auch Krebs, leiden. In dieser Episode machen wir ein paar kleine Seitenhiebe im Hinblick auf, wem kannst du überhaupt noch trauen und gerade deshalb, wie kannst du dein Gehirn, deine Gehirnleistung, dein Erinnerungsvermögen und natürlich deine Overall-Gesundheit fördern mit Hilfe von Ernährung, aber auch anderen extrem wichtigen Taktiken. Also heute kriegst du einen Seitenhieb oder ganz, ganz viele Tipps, wie du vorbeugen kannst, dass du an dieser schlimmen Krankheit stirbst und vor allem, dass du während einer Fernsehdebatte nicht komplett den Faden verlierst, solltest du mal in einer stehen. Hallihallo, jetzt wieder gern Christian, dein Mr. Broccoli. Wie gut geht es dir? Ich hoffe doch hervorragend und so hervorragend wie mir, dass ich hier im schönen Deutschland bei schönem Wetter draußen dieses Video aufnehmen kann und das hat es in sich. Denn ich möchte dich heute dazu inspirieren, in deiner Gesundheit, vor allem deiner Hirngesundheit, deiner kognitiven Leistung ein ganz neues Level einzuhauen und das natürlich mit meinem Standardthema der Ernährung. Wir räumen mit einigen Mythen auf. Wir erklären dir oder ich erkläre dir, welche Vorteile es gibt bei welchen Lebensmitteln, die nachweislich für unsere Hirnleistung forderlich sind und natürlich dann eben auch Demenz vermeiden können. Aber vorab hier möchte ich auch diesen Podcast machen, um dich davor zu bewahren, dass du auf falsche Meldungen reinfällst. Denn unsere Welt ist einfach total verrückt und im Informationszeitalter, in dem wir uns befinden, kriegen wir natürlich auch total viele Falschinformationen geliefert. Nicht nur in Deutschland, auf der ganzen Welt. Und eine davon möchte ich dir jetzt mal einblenden. Das habe ich aus dem Hoss und Hopf Podcast. Da haben sie natürlich eingeblendet, wie kurz vor dem TV-Duell Biden gegen Trump ein Experte Biden noch die volle kognitive Leistungsfähigkeit bescheinigt hat und noch darüber hinaus gesagt hat, dass er in der besten Situation oder in der besten Form seines Lebens wäre. Schau dir das an. Und das ist, glaube ich, nur ein Beispiel, wie wir ständig geframed werden, um gewisse Dinge zu erreichen. Und deshalb ist diese Episode auch ein Appell daran, dass du dein Gehirn schärfen musst. Nicht nur, weil du Alzheimer oder Demenz vorbeugen möchtest, sondern weil du jetzt in diesem Augenblick immer wieder gefordert wirst, Höchstleistung zu geben. Ich als Familienpapa bin gefördert, immer wieder auf meine Kids eingehen zu können, mich in sie reinversetzen zu können, immer konzentriert zu sein, auch wenn ich gerade vor einem 8 oder 10 Stunden Arbeitstag nach Hause komme oder noch zu Hause bin, weil ich zu Hause arbeiten kann. Aber auch in Deutschland, vor allem auch die deutschen Massenmedien, sind frei nach der Massenpsychologie, nach Gustave Lebeur unterwegs und erklären dir gerne mal, was richtig oder was falsch sein sollte, was sich im Hintergrund oder im Nachhinein immer oder sehr oft auch als falsch herausgestellt hat. Beispielsweise in der großen I-Punkt-Thematik, als unser fantastischer Gesundheitsminister Lauterbach doch gesagt hatte, die I-Punkt wäre komplett nebenwirkungsfrei. Und heute, da verklagen sehr, sehr viele US-Bundesstaaten und übrigens auch ein anderer I-Punkt-Hersteller, Pfizer, wegen völliger Falschaussagen über diese I-Punkt. Da haben aber natürlich eben auch einige Massenmedien genau das Gegenteil gesagt. Heute kommt es raus und dementsprechend ist das hier heute ganz wichtig. Experten sind sich auch da einig, weshalb ich bin selber, würde ich sagen, ein Experte, aber um mich geht es hier nicht. Deshalb zitiere ich da lieber andere Menschen, wie zum Beispiel Nico Rittenau, zertifizierter Ernährungsexperte, oder natürlich eben auch andere Forscher. Da haben wir hier zum Beispiel eine Webseite der Alzheimer-Forschung, wir blenden sie kurz ein, die zum Beispiel sagt, es gibt leider kein Lebensmittel, dem dein Alzheimer-Riese komplett weglassen kannst, oder wegessen kannst. Das will ich auch hier nicht versprechen. Aber die meisten, die erzählen von einer mediterranen Diät, diese typische mediterrane Diät, die natürlich voll ist von Obst und Gemüse und viele Polyphenole, enthält und kaltgepresstes Olivenöl. Und da sind wir genau beim Thema. Es sind nämlich die Pflanzenstoffe und es sind die Omega-3-Fettsäuren, die gerade auf die Hirngesundheit eine herausragende Rolle spielen. Und da kommen wir natürlich wieder zu den Vorteilen, zu den Stärken der veganen Ernährung oder der sogenannten Planetary Health Diet, denn die haben genau diese Lebensmittel im Vordergrund. Und Fische wurden früher hauptsächlich deshalb gegessen, weil sie eben diese Fettsäuren enthalten. Was heute natürlich durch das Informationszeitalter glücklicherweise eben auch klar ist. Und so können wir heute die leider vergifteten Fische, die armen Fische muss man dazu sagen, davon ersparen zu sterben oder unseren Körper davon ersparen, mit Mikroplastik und anderen Schwermetallen vollgepumpt zu werden, die diese Fische enthalten. Wir könnten nämlich einfach gutes Omega-3 aus Algen zu uns nehmen, welches das Fraunhofer-Institut damals entdeckt hat. Und die Superpolyphenole aus unter anderem dem Olivenöl, aus unter anderem richtig, richtig farbigen Beeren, vor allem Brombeeren, vor allem Heidelbeeren, vor allem Himbeeren, vor allem Erdbeeren. Da ist übrigens auch Physetin drin, ein Molekül, was dich schlank machen kann und was die Autophagie im Körper erhöht. Und natürlich die ganzen Gemüsesorten, die reich sind an Chlorophyll, die Sauerstoff in unseren Körper bringen und die Krebszellen und die Alzheimer-Forschung mal oder beziehungsweise das Alzheimer mal gar nicht möchte. Ja, so schreibt zum Beispiel auch der Business Insider in einem Bericht über den geistigen Verfall, die in pflanzlichen Lebensmitteln enthaltenen Vitamine, Mineralien und Mikronährstoffe können auch den kognitiven Verfall verlangsamen. Eine Studie aus dem Jahr 2020, will ich mir die hier natürlich verlinken, ergab, dass der Verzehr von mehr Gemüse, Getreide und Hülsenfrüchte in Verbindung mit anderen Faktoren mit einem deutlich geringeren Alzheimer-Risiko verbunden war. Also auch hier gibt es ganz klare Hinweise dafür, Studien sind viele da und auch die Kollegen von ZEIT, die ich relativ interessant finde, auch deren Podcast, schaut doch gerne mal rein, die verlinken zu einem Professor der Universität zu Köln, der Universität zu Köln, sorry, und da auch ein Tickel, wenn Ernährung zur Therapie wird, wenig Zucker und viel Fett gegen Zystinieren, wird hier angesprochen. Viel Fett, wenig Kohlenhydrate, das kann eben natürlich eben auch helfen und da sind wir wieder beim Thema. Natürlich ist einer der großen Faktoren, wenn wir jetzt damit das Thema Ernährung abschließen, wie hätte Biden seinen kognitiven Verfall verlangsamen können oder gar nicht vielleicht erst eintreten lassen können, aber wie gesagt, ich will hier mich gar nicht anmuten oder anmaßen, irgendwelche Heilaussagen zu treffen. Er hätte einfach viel weniger Zucker essen sollen, er hätte vielleicht viel mehr Obst und Gemüse essen sollen, er hätte gar kein Fleisch essen sollen und viele Omega-3-Fettsäuren zu sich zu nehmen. Viele gesunde Fette, vor allem Olivenöle, frisch gepresste Leinöle, vielleicht ein Avocadoöl, noch keine Saatenöle, dafür eben mehr von diesen Ölen und dann ein sehr gutes Algenpräparat Omega-3, immer zu den Mahlzeiten eingenommen. Ja, und das hätte auch meine Oma machen sollen und können, wobei sie schon immer ein Schleckermaul war und immer wenn wir bei ihr zu Besuch waren, gab es immer einen frisch gebackenen Kuchen, natürlich mit der doppelten Ration Zucker drin, wie im Rezept stand. Und es gab natürlich auch immer Schnitzel und mein Opa, schon vor bestimmt 20 Jahren gestorben, einfach rückwärts umgefallen, der hat natürlich dann auch noch das Doppelte und das Dreifache gegessen, brauchte meistens einen Schnaps nach so einem Essen und hat erstmal auf der Couch geschnarcht. Ich habe ihn geliebt, heute würde ich sagen, in dem Segment leider viel zu viel falsch gemacht und deshalb viel zu früh von uns gegangen. Heute wissen wir es besser, du hast dir vielleicht diese Episode bis zum Ende angehört, dafür möchte ich dir richtig, richtig toll danken. Vielleicht hat es dir auch gefallen, dass ich mal andere Episoden, andere Podcasts erwähnt habe, mal Einblendungen hier gemacht habe, dann bitte sag es mir doch, schreib es mal in die Kommentare und ja, dir wünsche ich ganz, ganz viel Kraft, auch wenn du Verwandte, Bekannte hast in dem Alter, die vielleicht jetzt hier schon erste Anzeichen von Alzheimer, von Demenz oder andere Krankheiten haben wie Krebs. Wir haben dazu Checklisten, die kannst du dir gerne runterladen, verlinkt hier in der Beschreibung, die wir auch aus dem Hippocrates-Institut entnommen haben, die seit über 65 Jahren erfolgreich in Amerika solche Krankheiten challengen, nennen wir es mal so. In diesem Sinne sage ich auch heute wieder, higher health auf dich, Arigato, dass du zugeschaut hast und übrigens, der gute grüne Tee aus Japan, der kann vielleicht auch helfen und ist Genuss pur. Denn mir sind übrigens noch wenige Japaner mit Alzheimer, Demenz und Krebs untergekommen. Das sollte uns doch zu denken geben. In dem Fall gönnt ihr gerne auch mal ein Matcha. Die enthaltenen Polyphenole, Antioxidantien und Mikronährstoffe haben wir ja schon angesprochen. Arigato, dein Christian. непン saf Sau zum Wasserwerti, derresses Kitzchour spreche. Und curious auch heute. Die Gott, wie ihr ist gehört. wobei auch das ist,